Wenn man genervt ist, wie man normalerweise reagiert. Du bist ein Gereckverdiener! Ist das gesund? Du bist voll doof! Bist du hässlich! Verdammt, jetzt hör dich auf zu nerven! Hey, so können Sie doch nicht mit meinem Sohn reden! Ich bin auch nicht so eine. Okay, es tut mir leid, es war nicht so gemeint. Wie man gerne wirklich reagieren würde. Hey, so können Sie mit meinem Sohn doch nicht reden. Was glauben Sie, wer Sie sind? Ich bin Tobias. Du alte Hexe! Und dein Sohn stinkt nach Popeln! Hey, so kannst du mit meiner Frau nicht reden. Was denkst du dir eigentlich? Ich denke, es wird Zeit, dass du ein paar Kilo abnimmst. Das denke ich, Fettsack! Hey, so können Sie mit meinem Enkelsohn doch nicht reden. Sie sollte man ganz schnell in die Psychiatrie einsperren. Und sie sollte man in eine Plastiktüte stecken und in den Fluss werfen. Da haben Sie vielleicht recht.